ja die leute man hat sie kommen jetzt eine weitere mission warframe heute wieder rang aufsteigen ich probiere es heute mal rang 3 zu werden markus hier in der kommentatorne kabine und los kommentatorne kabine ja nachkampfer fest die dritte sang lieber der dritte rang des nachkampferten zum glück habe ich meine gute nachkampfer eingepackt ok weil er einst besiegt mit dem level 30 schwert sollte das auch machbar sein glaube ich nicht verstecken nicht verstecken drei feinde verbleiben zwei feinde verbleiben ein feind verbleiben doch wo es der letzte verletzte hier und erledigt Welle 2 geschafft ja leute es sieht aus als ob das wieder hier auf den ersten versuch gut geht zu zu die die was ich ich glaube ich habe das ist schwer denn das wollte ich für die lang ab müssen wir noch nicht mitnehmen weil der nuller Schwert könnte auf Rang 3 dann doch ein bisschen schwierig werden und da der letzte zack Welle 3 abgeschlossen ja es war's hiermit sollte ich offiziell Rang 3 sein das Test Jupp Leute Mission erfolgreich hier wie ihr seht ich habe meine komplette Rang 30 Equip dabei gehabt um davon vielleicht irgendwas brauchen zu können hat jetzt auch gut geklappt Missionen kommen wo man irgendwie keine Waffen braucht sondern einfach in Decks und so weit kommen muss und so jetzt habe ich auf jeden Fall den Titel Goldener Initiant bin Rang 3 geworden und kann euch jetzt einmal kurz noch zeigen was für ein Equip ich jetzt dann eben weiterspielen werde und zwar habe ich jetzt in dem Boltor gebaut ich habe dabei die doppelte Eckladen und spiele im Moment ja noch den MK1 Bow nach oben und habe auch das Hitzeschwert schon fertig gebaut das heißt wenn mein Bow hier auf Level 30 ist werde ich dann auch anfangen in das Hitzeschwert hochzuleveln genau Leute damit würde ich sagen sehen wir uns dann in einer weiteren Folge Bl... äh nein nicht Blendezeit, Warframe Blendezeit sehen wir uns aber wahrscheinlich auch und damit Leute, Servus und Ciao! Ciao! Und dann Und dann